Hi Leo, danke, alles gut bei mir. Bin ja seit ein paar Wochen mittendrin in der Pflegeausbildung. Der Stress ist manchmal ehrlich gesagt ein echter Abfuck. Aber dann dieser eine Dank von jemandem, der es ernst meint. Besser als jeder Energydrink. Klischees? Hatte ich auch im Kopf. Aber here I am. Lernen, wie man Wunden versorgt. Mit dem Hype, mit dem ich meine Sneaker sortiere. Und du weißt, was für ein Nerd ich da bin. Authentisch sein, zuhören und Lösungen finden. Das machen ja eigentlich die meisten. Fingerspitzengefühl und viel Wissen. Das zeichnet uns aus. Die Storys, die wirklich zählen, findest du nicht beim Scrollen, sondern im echten Leben. Im betreuten Wohnen, in Sozialprojekten, bei der mobilen Pflege. Dort, wo dein Einsatz wirklich etwas bewirkt. Ich glaube, das wäre auch voll was für dich. Bist du dabei? Who cares? Mich kümmert's. Pflegezukunft Wien.